hallo und herzlich willkommen bei red dog gamble ich bin heute wie auf die jagd nach dem ticket und heute habe ich das spiel goodness prime chaos deutsch ich werde das spiel mal starten mache ich an bevor ich es wieder vergesse wie wir jetzt mal und dann gehen wir auf den server ein charakter nur noch einer ok wo ein charakter von mir ist gut dass das so schnell geht ok da ist er spielt betreten es dauert noch länger ich würde mal sagen ich mache keinen cut bis gleich ok da sind wir wieder um die dailies öffnen gehen wir dahin hellen training training ok bräuchte überfall für führer kauf energie kauf energie ok die nächste quest arena ein kampf ok muss ich selber laufen ja und darum bin ich Ok. Das war ja schon ein Kampf. Hat er auch gegolten. Ja sicher. Perfekt. Zwei gegen zwei. Ok. Ok. Gewonnen. Hat er gegolten? Jawohl. Nächste. Stadtbesuch. Da ist er nur mit der Ein-Dareen. Fertig. Nächste. Glück. Nächste. Schatzplündern. Autoplündern. Zack. Ok. Einfordern. Fertig. Einfordern. Nächste Quest. Sprachnachricht senden. Das geht doch gar nicht. Ich kann das nicht machen. Ach. Das reicht auch. Perfekt. Bodenstange. Einmal. Ebene 30 bin ich. Kämpfen gegen den Boss. Autoangriff. Man bin ich schwach. Ich hab nur 77.000 Kampfkraft. Oh. Ich bin einig. Das geht drauf. Das geht drauf. Ich bin einig. Der istedu. Ich bin einiger. verlassen, aber ich habe die Quest fertig, nächste Quest, Ruhmessladen, ich habe da ein bisschen was, kein Problem, können wir uns was schönes kaufen, 5, 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 6, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 5, 5, 6, 5, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 11, 11, 11, 13, 24, 8, 11, 13, 13, 13, 14, Nachirloration 1. So, jetzt wird Nächste Schnelles hinzufügen, Aufstieg, Perfekt und die letzte Quest für heute, Wildnis. Die oder die, ich betrete mal dies hier, einfordern, einfordern, 22, 19, shit, ähm, Auto, ich muss auch da hin, guck mal, wir sind gleich schon fertig, ging auch richtig flott diesmal, dafür hat das Hochland so lange gedauert, weil es ja normal bei dem Spiel, Oh, ich bin schon level 102, vorhin war ich 100 gewesen, noch nicht viel gemacht, ich glaube schon 2 level aufgestehen, ok, go, 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 gleich fertig, 2 level kommen noch, das ist die dritte, die Königin Hera hat 85% Leben, aber ich denke, was will ich schaffen, da kommt ja jetzt nicht bestimmt so ein Spammonster, 81%, 81%, Perfekt, 80%, 79%, das wird weniger leben, 78%, 78%, aber das ist die letzte Welle. 79%, 85%, 80%, 80%, Super, das war die fünfte Welle, und einfordern, und jetzt geht's raus hier. Und die letzte Quest einfordern, dann machen wir die Kisten auf, und dann möchte ich auch einmal, dass man was ich gerne hier mache, das ist ein Spiel, äh, nein, das von der Mission, das Spiel, wo ist das? Ich suche das Spiel mit den Münzen, ah, da ist es, oh, ich hab gar keine Münze gekriegt, Mist, okay, dann nicht, gut, dann würde ich mal sagen, dann war's das auch schon früh, heute, ganz schnelle Runde heute, freut mich, ist mir auch ein bisschen spät schon, naja, spät nicht, 2 Uhr, ah, halb 3, gut, das Spiel verlassen, dann sag ich mal Dankeschön fürs Zuschauen, erstmal Ticket noch abholen, Ticket, Dankeschön fürs Zuschauen, ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder seid, bis dann wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen, Ciao, ciao!